Hallöchen und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Assassin's Creed 4 und ja, jetzt werden wir die Matrosen befreien und eine Brick stehlen. Also das ist der Plan. Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Da ist eine Brick in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Okay. Wow. Ja, spring einfach runter. Oh, oh, Gegner. So, befreite Gefangene, 18. 18 insgesamt müssen wir befreien. Ich glaube, damit werden wir dann unsere kleine Piratencrew gründen. Jetzt ist die Frage, ob, wenn nicht entdeckt werden, ob die die Leute einfach abschlachten. Das weiß ich natürlich noch nicht. Uh, uh, uh. Das war auf jeden Fall Skill oder Glück. So. Oh. Scheiße, scheiße. Ja, okay. Vergiss es. So. Gute Gelegenheit, um die Schwertermaus zu probieren. Probieren. So. Na? Okay, die Schwertermausen sind auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Und du hinterher. In Ordnung. Und den kann ich jetzt hier so... Hopp. Hä? Ja, so kann man es auch machen. Ähm, alle hopp. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Lol. Ha. Alter, neun Leute schon? Ho. Die Hälfte hätten wir ja dann gut. Die Hälfte hätten wir schon mal. So. Und mit dem Teil kommen wir auch rüber. So, ähm, kann ich den Antat machen, so? Oho. Hey, du, die Leute. So. Und. Guter. So. Die kriege ich doch bestimmt so. Und. Ho. Vor allem, eigentlich ist das von unlogisch, dass die da drauf gehen, eigentlich. Ich glaube, eigentlich können die doch schwimmen. Zumindest habe ich das doch irgendwie so gesehen, dass die jetzt schwimmen können. Die Gegner. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. So. Drei neue Leute. Gut. Welches Schiff nehmen wir als nächstes? Gut, das da. Okay. Den kriege ich doch. Ah. Cheats. Cheats erlauben ihm, Missionen mit interessanten Veränderungen erneut zu spielen. Äh, okay. Cheats gucken wir uns irgendwann später an. Oh. Oh. Gut, der hat uns gesehen, aber. Ah, ist jetzt auch egal. Alle, hopp. Immer diese Leute, die sich nicht Luftverluft antaten. lassen. Wow. Granate, Granate. Uh. Hahaha. Er hat seinen eigenen Mann gekillt. So. Jetzt weg hier. Ja. Kommt. Und. Scheiße. Das sind die Typen, die den Mann nicht kontern. Alter, der hat mich ja fast erledigt. Das sind die Typen, bei denen man aufpassen muss, wenn man kontert. Weil die dann einen immer auskontern. Naja. So, 10 Leichen plündern, okay. Ich glaube, ich befreie die einfach mal. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Welches Schiff ist es denn, ey? Ich frage mich echt, welches Schiff es ist. So. Wir könnten ja natürlich auch erschießen, aber mit einer Pistole macht das reichlich wenig Sinn, weil, ja. Bis wir das Teil nachgeladen haben. So. Das gleiche können wir hier auch nochmal machen. Ach, vergiss es einfach. Was? Der ist nicht gestorben dabei? Scheiß Pistole. Ich glaube, wir müssten aber immer Headshot machen, sonst sterben die nicht. So. Ach, hier ist gar keiner mehr. Ist das die Brick? Auf jeden Fall sieht die so ähnlich aus. Die sieht auf jeden Fall aus, wie die Brick aus dem Video. Naja. Wir müssen erst mal hier rüber. Und wenn mich, wenn mich dich täuscht, ist das eine Galeone. Eine spanische Galeone, so. Hoppalopp. Hoppalalopp. Ja, kommt, Leute. Ist jetzt auch egal. Ich wurde sowieso schon zehnmal entdeckt. Huch. Alter. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Sterbt dafür. Sterbt. So. Und. So. Ah, die Restlichen sind hier unten. Okay. Ah, in Ordnung. Ich glaube, das wären dann wahrscheinlich die letzten, die wir befreien. In Ordnung. Oh. 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 Ach, hier. Das sah jetzt geil aus. So. Und. So. Ah, das ist geil, wenn man zwei auf einmal so kriegt. Okay. Ja, das sind die Restlichen. Ich glaube, wir werden unsere Crew zusammen. Unsere Crew. Crew. Ach, hier. Oh. Ja. So, jetzt erst mal ans Deck. Und dann rüber auf die Brick. Ah, hinten. Oh. Und ich hatte recht, das war doch die. Joppa. Ach, da ist ja noch ein Gegner. Ah, Luftdatenzart. So, wir sollten vielleicht erst mal die Typen erledigen. Bevor wir unsere Mannschaft hier drauf lassen. Ach, hier. So. Apropos, wo ist die Crew eigentlich? Die Crew. So, das Schiff stehlen. Egal. Interagieren. Alle an Bord, Leute. Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Fogmast. Ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Ah, Hurricane. Ach, du Scheiße. So, jetzt kommt aber Action hier. Passt auf diese Galeonen auf. Dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst. Zu langsam für das Wetter. Feuer! Feuer! Die... Alter. Das war nicht so eine gute Idee. Wir sollten diesen Bereich neu aufbauen. Wir sollten diesen Bereich neu aufbauen. Wir sitzen in der Klemme hier. Wir sollten auf jeden Fall abbauen. Wir bringen uns heim. Feuer! Alter, das Schiff ist ja nicht gerade stark. Weck das Wetter voraus, Captain. Doch, wir sollten lieber abhauen, anstatt zu kämpfen. Scheiße. Ich sehe sie. Riesenwellen. Ach, du Scheiße. Wenden sie ihnen ihre Vorderseite zu, okay? Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Oh, oh, alter, 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 alter. Ah. Das war knapp, Alter. Wow. Okay, die sind schon untergegangen. So. Wo? Eine Wasser... Och, du Scheiße. Nein! Das sind sogar zwei. Oh, oh. Okay, denen sind wir schon mal hoffentlich entkommen. Alter, das sind ja noch weitere. Noch zwei weitere. Alter, ich... Das, das wird knapp. Ah. Vor allem, unser Schiff ist ja so schwach eigentlich, wenn man sich da die Lebensleistung anguckt. Die Aquila hat ja mehr. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Ah, das wird knapp. Aber wir schaffen's. Wir schaffen's. So. Noch tausend Meter. Wir haben ja nicht gerade viele Kanonen, oder? Es sind gerade mal zwei hier oben, oder? Was? Backmord? Das ist... Ah, okay. Ach, komm. Das schaffen wir mit links. Eins. So. Bereitmachend, Männer. In Deckung. So. Was ist das denn hier? Wrack der San Ignacio, oder so. Ah, ja. Oh, eine, noch eine Wasserhose. Aber unsere Kanonenbestückung ist ja echt erbärmlich. Nur zwei Kanonen? Ne, drei. Drei. Da vorne ist auch noch eine. So, und wie's aussieht, sind wir dem Hurricane entkommen. Oh, Mann. Okay. Hier können wir Feuerfesten, oder so, abwerfen. Das sind die Drehbassen. Okay. Gut. Aber wir sind auf jeden Fall entkommen. Und das ist schon mal gut. Auf, Gein! Auf, Gein! Oh, das Schiff hat einiges abgesteckt. Eingesteckt. Tja, natürlich leben wir. Das ist ein Chaos, Herrgott. Oh, Herrgott. Da haben wir dem Tod nochmal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Adewallee. Oh, Adewallee. Oh. Ja. Warst du schon mal in Nassau, Adewallee? Noch nicht. Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtan. Wir nehmen die Gute mit heim. Hooray! Ah, ha, 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 die Schatzflotte. 100 Prozent. Na gut, das war jetzt nicht so schwierig. Fortfahren. Jetzt weiß ich es, Adewallee. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? Habe ich mich gewöhnt. Habe ich mich gewöhnt. An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so... ...bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Käpt'n akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufheben? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister, hast du da einen Rat für deinen ungeübten Käpt'n? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Okay. Aber das Schiff hat echt... Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holz da an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Oh Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht? Wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. In Ordnung. Gut, hier ist so ein... Wie heißt das nochmal? Animus-Fragment. Aber... Naja, das können wir uns wohl sparen. Oh. Hä? Ja gut. Naja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ähm... Jetzt haben wir die Jackdaw. Unser eigenes Schiff. Aber wie wir sehen, ist es nicht gerade im guten Zustand. Und das wird einiges an Kohle... Einiges an Kohle bedürfen. Und ja. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, das wär's von dieser Folge. Bleibt dran. Und ich hoffe, in der nächsten Folge können wir... Ja, unser Schiff ein bisschen ausrüsten. Und ja. Dann bleibt dran. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao.